Das Hotel Dolce Siges liegt in Siges in Costa Dorada. Das Hotel Dolce Siges ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 25 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 25 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,5 von 6 Sonnen. Zimmer. Mit 5,5 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Service. 5,5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,1 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,4 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.